Ja, willkommen zurück zu Modern Warfare 3. Wir waren gerade immer mit Delta Frost bzw. Delta Force. Waren in Manhattan unterwegs. Haben es geschafft. Wir sind Lightning 3.1. Zielsysteme wieder online. Stehen mit einer vollen Ladung J-Dams bereit. Warten auf Feuerbefehl. Lightning 3.1. Sie haben Feuerfreigabe. Unterschreiten sich Ihre Höhe. Einschlag in 5 Sekunden. Waffen gefeuert. Erste Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar 2 Unterseeboot mit genug Cruise Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor Sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Seals zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch? Ja, sehr toll. Jetzt sind wir im Brooklyn Tunnel und der ist eingestürzt. Mini-Obot Team 4. Hier Metal 01. Führe Funküberprüfung durch. Over. Roger 01. Hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Jäger und Gejagte. 17. August, 16.32 Uhr. Ah, wir sind Sergeant Derek. Ja, fang die Parten nicht umsonst an. Sind fast durch. Mehrere Einschließbomben ist offen. Aufpassen. Man wird da unten leicht getrennt. Gut. Sind wir unter Wasser? Auch sehr geil. Gefällt mir. Ah, das ist der... Tunnel. Oh, wir sehen es. Einige Leichen. Ob da jemand rausgekommen ist? Wir können jetzt nichts für Sie tun. Hier unten sehen wir auch auf dem Radar unsere zwei Kameraden. Grad halten. 300 Meter bis zum Treffpunkt. Metal 01. Hören euch auf dem Schaum. Verstanden. Näher an uns Treffpunkt. Das Zielteam sollte da vorne sein. Ich sehe Sie. Sieht richtig geil aus. Das U-Boot bewegt sich. Ah, da sind noch welche von uns. Verstanden. Wir folgen. Wow. Sonar im Auge halten. Die Russen legen Minen. Ah. Frost. Augen auf der Sonar. Mine. Ruhig halten. Wow. Rechts. Rechts. Ich folge denen einfach. Weil ich denke, dann dürfte ich keine Mine treffen. Wow, verdammt. Noch eine Mine. Sicher. Oh, wie viele Minen. Oh. Ich bin zu weit weg von denen. Falls ihr es nicht wisst. Wow, Torbedos. Ich bin zu weit weg von denen. Ausgangswo. 8 Uhr. Wow. Bereits. Achtert, bis es vorbei ist. Okay. Jetzt. Okay, wir müssen anscheinend da rein. in die Position gehen. Platziere Mine. Platziere Mine. Ah, okay. Die Mine ans U-Boot. Jetzt platzieren wir doch unsere Mine. Oh, jetzt müssen wir... Abstand halten. Gut gemacht. Bereiten immer wieder zuvor. Zünden wir die Mine. Drückt drauf. Yes. Yes. Joa. Direkt neben uns. Boah, ist das riesig. Wir können uns nicht bewegen. Doch, anscheinend jetzt. Ah, wir müssen da... Also doch hoch. Richtig krass. Oh, ne... Oh, ne... Nice. Nice, Mann. Die Waffe gefällt mir wieder. Okay, und was müssen wir jetzt machen? Ah, hier. Dem folgen. Ah. Wir gehen also rein. Die anderen bleiben... Oben. Okay, Frost. Bedeutigen unsichert. Alle Ziele sind feindlich. Treffen uns unten. Hält ihr an mich? Wir sind ganz in die Scheiße. Oh, wir haben das zweite gefunden. Ah, toll. Ah, noch gemessert. Okay, also ihr merkt auch, ich werde des öfteren nachladen, weil ich keinen Bock habe, dass die Munition leer wird und wir mitten in einem, äh, Fight dann sind. Ja, ich habe mal in die vorbeigeschossen, denk ich mal. So. Oh, eins gegen eins, Twitcher, Schöre, alle. Ah, haupt. Oh. Scheiße, das Ding taucht ab. Wir müssen zur Brücke. Ah, verdammt. Nein. Äh, waren zu viele. Dann doch. Das Robo taucht ab. Wir müssen weg. Schnell. Frost vorgehen. Ah, hinter ihm ist keiner. Ja, das meine ich mit dem Nachladen. Fuck. Ich kann eine DDR, die zu kommen. Oh, das ist Sandman wieder. Ähm. Wo gehen wir denn? Hier. Moment. Jetzt. Oh, nice. Ja. So. Was ist los? Was haben wir denn als Zweitwaffe? Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcodes zu. Koordinaten folgen. Tango Whisky 0 5 6 6 2 8. Koordinaten bestätigt. Feuer auf russische Flotte in 30 Sekunden. Frost an die Konsole. Ah, da. Oh, was darf ich denn da machen? Yeah. 2, 2, 1, drehen. Overlock, Raketen bereit und abgefeiert. Yes. Woa, hoch. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ah, okay, wir gehen automatisch hoch. Woa, hoch. Woa. Ja, mehr Gas geben kann ich leider nicht. Oh, verdammt. Ja, genau. Ich folge den einfach mal. Woa. Das müssen jetzt alles russische Schiffe sein. Weil wir haben ja die Raketen hier gezündet. Woa, fuck. Fuck. Auf sie was? Ah, da. Yes. Wuhu. Ja, ich seh nichts. Gibt Gas. Gas, gibt Gas, gibt Gas. Ja. Wuhu. Woa. Da, ho. Da, ist es. Da, ist es. Yes. Uh, Ziel erfüllt. Alles klar, das dürfte... War es jetzt die Mission? Nee, ich glaube, es geht sogar noch weiter. Cool. Oder? Nee. Gut, das war es auch von dieser Mission. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!